Wenn de Pippes und de Poppes auf de Wurstmarkt fahren, dann is groß Alarm um die Geisterbahn. Denn die zwei sind immer mittendrin und vollgefall und am Schluss kommt meistens noch die Polizei. Wenn de Pippes und de Poppes auf de Wurstmarkt fahren, dann is groß Alarm um die Geisterbahn. Denn die zwei sind immer mittendrin und vollgefall und am Schluss kommt meistens noch die Polizei. Ja, die Reinhardmannschaften schnaufen vor Erleichterung, wenn die zwei Fecke endlich ausgesticke sind. De Pippes und de Poppes trinken mit Begeisterung und hoffen wieder auf de große Losgewinn. Du meine Güte, alles nur nieder, dir stinkt de Pippes und de Poppes jedes Jahr. Noch schnell und rot boy, in die geht er neu, schon haben sich die zwei Verrückte in der Haar. Wenn de Pippes und de Poppes auf de Wurstmarkt fahren, dann is groß Alarm um die Geisterbahn. Denn die zwei sind immer mittendrin und vollgefall und am Schluss kommt meistens noch die Polizei. Wenn de Pippes und de Poppes auf de Wurstmarkt fahren, dann is groß Alarm um die Geisterbahn. Denn die zwei sind immer mittendrin und vollgefall und am Schluss kommt meistens noch die Polizei. Nach zwei, drei Stunden, die Pupille sich erweitert. De Pippe sagt zum Poppes, äh, na geht doch neu. Die zwei sind vorsichtig, ich sagts schon angeheitet. De Poppes hat auch vorsichtig, halber noch zwei Wolle. Und dann im Dunkeln, dort tun sie Schungle und grün mit dem ganzen Saar der Witter noch einmal. Wo bleibt der Hochschub, der uns so gut tut? De Pippes und de Poppes fühlen sich pudelwohl. Wenn de Pippes und de Poppes auf de Wurstmarkt fahren, dann is groß Alarm um die Geisterbahn. Denn die zwei sind immer mittendrin und vollgefall und am Schluss kommt meistens noch die Polizei. Wenn de Pippes und de Poppes auf de Wurstmarkt fahren, dann is groß Alarm um die Geisterbahn. Denn die zwei sind immer mittendrin und vollgefall und am Schluss kommt meistens noch die Polizei. Tja, und am Schluss kommt meistens noch die Polizei.